Da, Default, Default, also, Portal Gun, Miniatur Black Hole, Obsidian und ein Diamanten, das machen aus dem Nether Star, okay, wo bekommt man den? Ach, so, muss einfach mal den, ja natürlich, muss einfach mal den, äh, River besiegen, das kriege ich jetzt nicht hin. Äh, so, was fehlte mir noch, bin ich gerade am überlegen, genau, äh, Turrets, da, das kann ich ja einfach machen, denn ich möchte mir, äh, eine kleine Musikshow zusammen basteln, aus meinen schönen Turrets dann. So, Obsidian fehlt mir, da oben habe ich drei Stück, ich fürchte, ich muss mal kurz Obsidian-Farm gehen, so leid es mir tut. Hm, einmal bitte Wasser rausholen und vorher alles weglegen. So, zack, 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 ach nein, das kann drinnen bleiben, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Ach, so, dann kann auch weg. Boah, wie viel ich inzwischen hier drinnen liegen habe, wie wenig davon ich brauche, obwohl den Carl, den, das Teil kann ich mal eben hier hinstellen. Hm, juhu. Ja, dann würde ich sagen, einmal Obsidian-Farm, dann ein bisschen die Waffe laden. Und dann, mal gucken, was sich damit so schönes anstellen lässt. Und ich möchte Quantum Leggings haben. Das geht zu langsam. Also, falls, äh, ich, äh, genau, zu langsam. Falls ihr, äh, Assassin's Creed 3 gespielt habt, äh, ihr kennt doch noch sicherlich dann die Waffen, die immer gesagt haben, zu langsam. Und, das war wirklich was, was mich auch an dem Spiel, äh, richtig aufgeregt hat. Also, diese ständigen Wiederholungen der Dialoge. Wenn es, äh, viel und abwechslungsreich ist, dann geht das ja noch, aber, wenn dann, ah, so, immer das Gleiche kommt. Nein. Es ist, äh, nicht, was, äh, ich finde, was Spiele machen sollten. Es ist... Ungeheuerlich. Nein. Jetzt habe ich mir natürlich mein Zeug... Hallo. Hier ist doch noch Wasser. Genau. So, was haben wir denn hier noch alles? Schön. Erstmal halt hier ein bisschen... Oh. Es ist doch schön, dass hier alles unter Obsidian begraben ist. Äh, unter Lava natürlich begraben ist. Hätte ich mich jederzeit abbauen können und, äh, reinfallen können. So. Ach. Was willst du denn da hinten? Tut mir leid. Du musstest mal eben entfernt werden. Komm. Ich brauche... Noch vier Stück. Ja. Schön. So, einmal kurz... Alles wieder frisch machen. Und dann... Komm ich, äh, sammeln so... Mal ein bisschen mehr. Vielleicht bringt das irgendwas. Vielleicht machen wir die irgendwann später mal. Auf jeden Fall ist das das... Dümmste Material, was sich Minecraft auch ausgedacht hat. Obsidian. Selbst Bedrock ist da noch einigermaßen besser. So... So... Komm... Schon. Schön. So. So. Das müsste für das erste reichen. Und lauf. Vielleicht ist es ja schon Nacht geworden. Dann können wir uns auch noch ein bisschen mit den Zombies... Äh, mit den... Creepern und so weiter battlen. Das wäre schon mal was Schönes. Und ich habe schon wieder fast meinen kompletten... Mein halbes Jetpack leer. Also das geht ziemlich schnell. Ha. Und es ist Nacht. Perfekt. Da oben ist ein Creeper. Perfekt. Komm runter. Und greif mich an. Ich brauche dein... Zeug. Zwei Gunpowder. Schön. Da vorne muss noch ein Creeper sein. Ja, da ist auch eines. Da bist du ja. Boah. Das war etwas knapp. Der hat mir auch nichts gedroppt. Was für ein böser Creeper. Dabei braucht man doch Gunpowder. So. Das ist so ein... Wichtiges Element der Zerstörung. Das ist noch wichtiger als... Äh... Als TNT. Naja. Wobei TNT ja als... Aus Gunpowder... Gemacht wird. Deshalb ist das Ganze etwas irreführend. Was ich jetzt sage. Naja. Skelett hau mich nicht die ganze Zeit. Ich möchte das nicht... Ich finde das nicht... Nett. Was du mit mir machst. Nicht einfach so durch die Gegend zu schießen. So. Creeper. Da vorne sind sogar zwei. Oh. Das war vielleicht nicht allzu klug. Hm. Vorne ist noch einer. Der ist unter der Hürde. Schade. Wo haben wir den noch? Da ist einer. Da. Steht einer. Nein! Boah. Wieso muss das Schwert... Oh. Einen so weit zuquersen. So. Komm her. Einer aber nur. Einer nur. Ich habe gesagt. Einer nur. Verdammt. Könnt ihr nicht auf mich hören? Ich erwarte doch nichts weiteres als absolute Perfektion. Jo. So. Noch irgendwo was. Oh. Inzwischen habe ich Hunger. Und so langsam signalisiert mir auch mein Jetpack, dass es leer ist. Weil da ein Creeper auf einer Spinne... Ich glaube ich habe für das erste genug. Hoffe ich mal. Dann ab nach Hause. Jo. Flieg und flieg und sei schneller als alle anderen. Das ist hier ein schönes Motto. Äh. Ja. Sozusagen. Sei schneller als die Creeper, die sich in die Luft sprengen. Das ist auch noch ein Creeper. Schön. Nein. Boah. Wieso macht das Schwert so einen starken Knockback? Das ist... Das habe ich gar nicht eingestellt. Das will ich gar nicht. Das ist nicht nötig, Schwert. Das ist überhaupt nicht nötig. So. Haben wir noch... Ja. So. Einmal schnell. Schnell. Lange. Ein Prozent. Ich gucke mal in einer der nächsten Folgen, wie ich das mache. Erstmal hole ich mir Eisen und Redstone. Redstone. mentier. viruses Nordk思考te. Vielleicht confirm ich das aber auch mal.